Hallo, der Anni mal wieder hier. So, wir zocken auch ein neues Spiel aus dieser, wie soll ich sagen, Strichmännchen-Reihe, ihr könnt es ja hier lesen. Ja, dann fangen wir mal an. So, die verarschen den. Die haben den gerade verarscht. Meine Torte für ihn, aber was ist drin? Also, das kann man hier auswählen. Eine Pfeile, Energy Drink, Teleporter, Raketenwerfer, Telefon und Drill. Das, das, das und das. Also, die funktionieren nicht. Also, das funktioniert mit Einschränkungen, aber das ist gut. Das ist, finde ich, das Geilste. Das ist, finde ich, das ist gut. Was soll ich nehmen? Nein, ich nehme das, äh, diesen Geilzack. Also, ich nehme das jetzt mal. Das ist, finde ich, das ist gut. Also das finde ich jetzt mal so Komisch? Nee, entschuldig. Yeah, und das zwar ohne ganz kämpfen. Geiles Spiel, da gibt es auch verschiedene, verschiedene Endings, nur man muss es halt rausfinden. Das war hier das Telefon. Ich zeige euch mal, was da passiert. So, besser zu zählen, buddy. Das war das. Da kriegt der eine... Ich habe selber noch nicht gespielt. Also das habe ich jetzt in dem Spiel noch nicht ausprobiert. Und was ist, was ist jetzt? Guys... Guys... Oh Gott... Ich weiß, weil ich zu viele Bilder beim Aufnehmen... Ja, klar! Ach, jetzt kommt das, oder? Ich habe voll einen Aufmatrix, oder? Ja, klar! Bad S-Ending! Okay, das war es wieder vom Spiel. Ja, klar! 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 Ja, klar!